Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist der Klaus einstimmig? Vielen Dank. Vielen Dank für die Wahl. Herzlich willkommen zum Kreisparteitag München. Wir brauchen als erstes einen Wahlleiter sowie Wahlhelfer. Wer bietet sich an als Wahlleiter? Bitte kurz vorstellen. Haben wir jemanden, der Wahlleiter machen möchte? Ich habe da jemanden gesehen, der sich todesmutig vorgeschlagen hat. Wer möchte Wahlleiter machen, Dietmar? Möchtest du Wahlleiter machen, Dietmar? Okay. Dietmar Teuter stellt sich als Wahlleiter vor. Wer ist einverstanden, dass der Dietmar für heute die Wahlleitung übernimmt? Bitte um Handzeichen mit der gelben Karte. Gut, das ist eindeutig angenommen, Dietmar. Herzlichen Glückwunsch für den heutigen Tag bis zur Wahlleiter. Dietmar, wie viele Wahlhelfer brauchst du? Also, Dietmar hätte gerne zwei Wahlhelfer. Wer bietet sich an als Wahlhelfer? Du bist Felix und? Jawohl, Toni. Wer ist dafür, dass Toni und Felix Wahlhelfer mit dem Dietmar zusammen machen? Bitte Handzeichen. Das ist eindeutige Zustimmung. Herzlichen Dank. Damit haben wir einen Wahlleiter sowie zwei Wahlhelfer. Wer führt Protokoll? Freiwillige vor. Haben wir jemanden, der Protokoll führen muss, darf, soll, kann? Darf ich jetzt in Riesen verdenken? Andere Frage. Thomas? Thomas, möchtest du? Thomas winkt ab. Wer fällt mir noch ein? Wer möchte Protokollführer machen? Also, ich kann es nicht parallel machen, das kriegen ich hin. Tina? Ich kann die vier. Wer mir Riesen hat, hat man anders gemacht, aber wenn sie keiner sehen. Mario, kannst du sie unterstützen? Ich habe gar keine Riesen. Ich kann dir einen Dinger sagen. Ich habe mir schon mal alle Dinger bekommen. Ich habe keine Datenkosten, Thomas Meier. Ja, ich kann mich ja selber. Nein, nein. Ich darf nicht. Ich darf nicht. dass sie diese Aufgabe übernehmen darf und bietet sich als Protokollführerin an. Wer ist dafür? Wer ist damit einverstanden, dass Mario das Protokoll führt? Ich bitte um Handzeichen. Bei einer Stimme mehrheitlich angenommen. Vielen Dank. Gut. Des Weiteren brauchen wir Rechnungsprüfer, die heute hier auf dem Parteitag einen Blick in die Finanzunterlagen werfen. Nach meiner Kenntnis sind es zwei. Ist das richtig, Dietmar? Zwei Rechnungsprüfer brauchen wir heute. Wer macht Rechnungsprüfung? Mir bietet es sich an. Wäre hilfreich, wenn es die normalen Kassen... Ja, aber es gibt auf den... Genau, wenn die Kassenprüfer sich vielleicht da nochmal... Sind die Kassen... Ja, dann machst es du mit, sozusagen. Weil die Unterlagen haben sich seitdem kaum verändert. Wer ist einverstanden, dass der Peter heute als Kassenprüfer auch die Rechnungsprüfung macht? Ja, natürlich geht's. Wir brauchen laut Satzung zwei, also es wäre noch ein zweiter Gut. Also vielen Dank für das Handzeichen. Ich interpretiere das, dass Peter hier auf dem Parteitag die Rechnungsprüfung macht. Wer möchte es noch mitmachen? Wer möchte noch mit in die Bücher gucken? Wir haben jetzt leider nur einen Kassenprüfer da. Wer möchte noch einen Blick reinwerfen? Niki, wer ist dafür, dass Niki noch mit dem Peter die Rechnungsprüfung sagt? Jetzt bitte Handzeichen. Bei einer Gegenstimme, bei zwei Gegenstimmen angenommen. Herzlichen Dank. Damit ist Niki und Peter für die Rechnungsprüfung heute bestimmt. So, dann haben wir den Passus. Wer ist dafür, dass Gäste an diesem Parteitag zugelassen sind? Ich bitte um Handzeichen. Ja, das ist eine eindeutige Mehrheit. Vielen Dank. Wer ist dafür, dass Bild- und Tonaufnahmen gestattet sind während des Parteitags? Ich bitte um Handzeichen. Damit sind Gäste, Presse, Bild- und Tonaufzeichnungen zugelassen. Herzlichen Dank. Die Geschäftsordnung des Kreisverbandes München in der vorliegenden Form soll auch für diesen Kreisparteitag Anwendung finden. Also für den Kreisparteitag des Kreises München. Wer ist dafür, dass diese Geschäftsordnung in der vorliegenden Form angenommen wird? Ich bitte um Handzeichen. Das ist in meinen Augen die Mehrheit. Damit ist diese Geschäftsordnung angenommen. Vielen Dank. Tagesordnung. Tagesordnung ist in der Einladung und im Wikiped. Ich habe es vorher noch mal getwittert, das Wikiped. Wer es nicht hat, einfach noch mal schreien oder den Nachbarn fragen. Wer ist mit dieser Tagesordnung? Also wikipiratenpartei.de by.kreisverband-münchen-kreisparteitag-2014.2 Kann das jemand reinschreiben? Oder hier steht ja auch die Tagesordnung auf dem Screen. Wer ist mit dieser Tagesordnung einverstanden? Bitte ich um Handzeichen. Ja, wer ist gegen diese Tagesordnung? Niemand. Damit ist er angenommen. Herzlichen Dank. Tätigkeitsbericht des aktuellen noch amtierenden Vorstandes. Wer von den noch in Amt und Hürden befindlichen Vorstandsmitgliedern möchte den Anfang machen und den Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht vortragen? Okay, Stefan, willst du den Anfang machen? Gut, Stefan macht den Anfang als Schatzmeister. Ich würde den Wienermeister bitten, den Link zu klicken. Genau. Ich habe jetzt hier den Finanzbericht. Oh, sehr schön. Ich glaube, es gibt eine Lösung dazu. Ich habe mir echt Mühe gemacht, genau zum ersten Mal eine ganz ordentliche Bilanz aufzustellen. Genauso wie es sein soll. Ja, also, was steht da drinnen? Oben sind unsere Guthaben. Kontostand haben wir, also immer sind zwei Spalten. Eins ist der Parteitag heute, das andere war der Parteitag am 7. April, also in der letzten Periode. Kontostand haben wir 6... 2013. 2013, okay. Erster Fehler, rechtsgespalten, ist 2013. Genau, also... Was heißt der erste Fehler? Vielleicht noch mehrere. Ich hoffe nicht, aber ich gehe davon aus, dass noch irgendwo einer da drin ist. Also, wir haben Guthaben. Insgesamt haben wir 6.000 Euro auf dem Konto. Wir haben jetzt 2.000 Euro dazugenommen. Wir haben da noch Forderungen über den LV und noch Mitgliedsbeiträge, die wir ausgezahlt bekommen. Also, insgesamt ist unsere Summe 9.400 Euro. Und man sieht auch auf der Unterseite die Rücklagen. Da ist die Getränkekasse zu erwähnen. Wir haben in der gesamten Zeit 25 Euro Verlust gemacht auf der Getränkekasse. Das ist nicht ganz so genau, weil jetzt der Lagerbestand nicht mitgerechnet ist, aber das ist eigentlich etwas dürftig, dass wir ein Jahr lang Getränke schleppen und es einen leichten Verlust gibt. Also, vielleicht könnte der ein oder andere, wenn er sieht, dass jemand darauf hingewiesen werden könnte, mal richtig zu bezahlen, dann sollte das eigentlich besser sein. Eine Spende zu tätigen, genau. Ein Getränk zu bezahlen, dass er auch trinkt. Dann haben wir noch eine Menge an Rücklagen, die zweckgebunden für Wahlkampf gespendet sind. Da haben sich einige Leute noch nicht zurückgemeldet, ob sie das Geld ausgezahlt haben wollen oder an den KV spenden. Das wäre auch eine, Leute, die sich da angesprochen fühlen können, auch nochmal hier mitteilen, was sie mit ihren zweckgebundenen Spenden machen wollen. Frei verfügbar haben wir also 5.900 Euro. Das ist nicht gebunden und davon werden bis Jahresende nochmal etwa 4.120 Euro an Miete fällig. Und der Rest sozusagen ist das Geld, das wir bis Jahresende ausgeben können, wenn unter der Annahme, dass keine weiteren Mitschließbeiträge oder sowas sein können. Also man sieht, viel ist nicht möglich. Dann die Zahlungen im Einzelnen, Mitschließbeiträge, die insgesamt geflossen sind in dieser Periode, sind 11.000 Euro. Es gab viele Zuschüsse, die uns die Arbeit ermöglicht haben. Es gab Zuschüsse für die Beteiligung an der Kommunalwahl, es gab Zuschüsse für die Kryptoparty, es gab Zuschüsse für das Unterschriften sammeln. Das sind alles Dinge, die sehr teuer sind und für die wir unterstützt wurden. Dann haben wir 14.000 Euro Spenden direkt an den KV, über Pirate Star ist auch eine Menge herangekommen. Und genau, Getränke, das sieht man hier, Einnahmen und Ausgaben gleichlich ungefähr aus. Genau, Plakate, auch ganze zu verhandeln, finde ich, dass der ganze Plakat waren, hat knapp 18.000 Euro gekostet. Das ist alles drin, Plakatdruck, Plakatreparaturen und Material. Wahlkampf sonst, 12.000 Euro, Miete war 9.000 Euro und sonstige Ausgaben, so kleinere Giveaways, Beteiligungen am Korte Leopold und so weiter. Genau, dann haben wir noch eine Menge an Verpflichtspenden, die über die Parteienfinanzierung sich für uns bemerkbar machen. Es sind jetzt 7.800 Euro, wobei ich noch was auf der Liste habe, ein paar Spenden habe ich noch für 2013, die noch gebucht werden können. Genau, soweit noch Fragen zu dem, was sich auf der Finanzseite getan hat? Gut, dann übergebe ich an einen weiteren Vorstand, der sich äußern möchte zu der politischen Arbeit. Kurze Frage an den Kreisparteitag. Wollt ihr die scheidenden Vorstände einzeln befragen oder nachher zusammen, zu dritt? Wie wollen wir es machen? Einen Tätigkeitsbericht haben wir auch zusammengeschrieben. Okay, das heißt also Tätigkeitsbericht und dann am Schluss Befragung. Gut, danke. Gabi, bitte? Wo sind die Rechnungen? Wo sind die Belege? Ich war heute früh in der Geschäftsleiter und habe alles mitgebracht. Da gibt es eine Tasche dort, da liegen die drinnen. Ich gehe davon aus, dass er jetzt noch Rechnungsprüfer geben wird, die da reinschauen wollen. Ja. Dann übergebe doch gleich die Unterlagen an die beiden Rechnungsprüfer, dann können die schon ihr Tagwerk bestreiten. Darf ich den nächsten Vorstand bitten? Gabi, willst du? Gut, dann macht zusammen. Mag es noch jemand vom anderen Vorstand? Vielleicht Thomas? Viele? Also der Alp kommt später, der muss irgendwie arbeiten. Der kommt erst um zwei, geht es um zwei und drei, deswegen ist er nicht da. Also, wie ihr mitbekommen habt, sind wir immer mit der Kommissarischen Vorstand. Da gibt es einen Taschen dort, da liegen die drinnen. Die sind früher abgetreten, aus persönlichen Gründen und wir deswegen ein bisschen handlungsunfähig waren. Im Moment besteht der Kommissarische Vorstand aus, also ich habe jetzt hier die stellvertretende Vorsitzende, dann den Stefan als Schatzi, auch noch Christine als Genseck und der Thomas als Beisitzer. Ursprünglich wurde ja der Vorstand mit den folgenden Leuten hier gewählt, also wir waren mal viel mehr, als wir jetzt sind. Ein Wechsel war dann am 10.02., weil dann der Dietmar, der ja vorher stellvertretender Vorsitzender war und uns leider nach Oberbayern verlassen hat, bin ich dann danach berührt. Unsere Tätigkeiten waren hauptsächlich, wir haben jetzt den ganzen Wahlkampf bestritten. Wir haben im Herbst letzten Jahres Bezirklein, Bund, Stadt, also Bezirklein, Bund, letztes Jahr und dieses Jahr dann noch Stadt- und Europawahl. Wir haben im Prinzip nichts anderes gemacht als Plakatständer gebaut, rausgefahren, gepinselt, beklebt, Infostände. Wir hatten ursprünglich 3.000 Plakatständer draußen, von denen 2.000 selber gebaut worden sind. 1.000 haben wir zugekauft und das war ein Schrott. Für die, die es nicht wissen, wie Plakatständer gebaut werden, wollt ihr kurz das Video nochmal gucken, was damals Felix so toll gemacht hat? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja. Ja. Wir haben da so eine Schablone gehabt, wo man es einfach nur drauflegen musste und dann ging es gleich mit dem Getackerer los und Geschraube um. Und es ist Original-Tempo bitte. Morgen, abends war es ein bisschen langsamer. Die Arbeit unseres Malermeisters. 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 Das war das erste Plakat, das wir rausgebracht haben. Also von diesen 3.000 Plakatständen nochmal ein Dank an alle Mitteilenden damals. Und an Felix für den tollen Zusammenschnitt. Diese 3.000 Plakatstände haben wir dann über Winter im Keller vom Kunstpark Ost untergestellt. Haben den ganzen Winter über die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen so ungefähr gemacht. Nein, umgekehrt. Und von den ganzen Sachen sind noch 1.500 Plakatstände übrig geblieben. Die wir jetzt für die Stadt und die Europawahl wieder ausgebracht haben. Und plakatiert. Das war dann auch nochmal ein Ding. Ganz herzlichen Dank an die Leute, die auch den Winter im Keller verbracht haben. Und unentgeltlich und mit sehr viel Einsatz repariert, weggeschmissen, neu plakatiert haben. Das waren wirklich Tausende von Stunden, die da unten verbracht worden sind. Und das rausbringen dann wieder mit Transportern und das Nachleistern mit Privatfahrzeugen und Leuten. An Aktionen haben wir gebracht. Also einmal diese unzähligen Infostände. Vor allen Dingen die Nachtinfostände an der Reichenbachbrücke waren wohl der Hit immer. Wurden noch sehr gut besucht. Als Resultat haben wir dann es geschafft, auch im Zuge der Unterschriftensammlung für Land und Bezirkstag zur Wahl zu verlassen zu werden. Ja, ein bisschen Hundedemo haben wir gemacht. Dann mit ein paar Leuten machen die Gegenschließung der öffentlichen Toiletten. Haben wir dann auch eine schöne Geschichte gemacht. Aber die Bilder habe ich leider nicht hochladen können, die die dann noch nicht geschickt hat. Dann haben wir mit unserem Piratenschiff beim Faschungsumzug mitgemacht. Und bei CSD und Corse Leopold. Die AG Maulbaum-Tuba hat die Schlauchbootfahrt auf der Isar wieder gemacht. Aber die ging ja schon ein bisschen ins Wasser. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei einigen Demos haben wir uns wahrscheinlich auch beteiligt. Einmal gegen den Dirigenten der Münchner Philharmonie. Dann GEMA, Urheberrechts, ACTA-Demo. Dann hat Thomas diesen Videospaziergang gemacht, der ja auch ganz gut angekommen ist. Wir hatten die nette Aktion, indem wir eine Kamera gekennzeichnet haben am Marienplatz. Das hat uns zwar dann ein bisschen Geld gekostet, dass die Feuerwehr dieses Plakat wieder runter machen musste. Aber der Witz bei der Sache ist, dass jetzt die Polizei unser Plakat als Schulungszweck benutzt. Fand ich witzig. Sie haben aber gefragt. Die Kommunalwahl in München hat sich sehr schwierig angelaufen. Wir haben schon Angst gehabt, wir bekommen die Unterschriften nicht, weil wir nur sechs Wochen letztendlich Zeit hatten, tausend Unterstützerunterschriften zu bekommen. Nochmals an der Stelle vielen Dank für die zwei NRW-Piraten, der Jörg und der Michi, die uns da ganz arg unterstützt haben. Ich glaube, ohne deren frische Power, die sie auch mit reingebracht hätten, hätten wir alle, glaube ich, nicht mehr so richtig den Arsch hochgegeben. Dann hatten wir die Aufstellungsversammlung in der Geier-Walli mit unseren Spitzenkandidaten Thomas Rand, Birgit Hoffmann, Herbert Flammensbeck, Peter Bauern, Ali Jalp. Es wurde dann auch das Kommunalprogramm verabschiedet. Ja, die Wahlbeteiligung war ein bisschen, also die Wahlbeteiligung gut, aber unsere Piraten haben es ein bisschen enttäuscht, dass nur der Thomas in den Stadtrat gekommen ist. Ich habe an und für sich mit zwei Leuten gerechnet. Ja, nächste Aktion war politischer Aschermittwoch, den wir dieses Jahr in München austragen durften. Also, wenn ihr wollt, ich habe da das YouTube von der Martina mit reingetan von ihrem Auftritt. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr das noch schauen wollt. Ähm, die Pressearbeit, ganz wichtig, das war am Anfang bei uns so ein bisschen schwierig, weil die Kapazität fehlte. Ähm, ähm, am Anfang hat es dankenderweise der Wolfgang Pritzel gemacht, der ist an die Bresche gesprungen, aber dann konnte er wegen seinem Job dann Ende November nicht mehr. Und, ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass die Lilly eingesprungen ist. Und seitdem... Applaus Und seitdem wirklich eine super gute Arbeit, termingerecht und es läuft eigentlich einfach klasse. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, ja, kurz vor Schluss ist dann Ali und Flo zurückgetreten aus persönlichen Gründen. Nochmal vielen Dank für euren Einsatz in der ganzen Zeit. Ähm, das ist auch alles vor allem. Applaus Was wir noch so hingekriegt haben, ist, dass wir jetzt endlich anstatt an einem Tag zwei Stammtische an zwei Tagen jeweils einen Stammtisch haben. Und da bin ich auch nochmal dann an die Beteiligten, dass das so gut geklappt hat. Ähm, ähm... Applaus In der Geschäftsstelle hat sich einiges getan. Der Keller wurde, äh, die Geschäftsstelle wurde ja um den Keller erweitert, äh, der dann auch erst genutzt werden kann und muss. Äh, zwei Zimmer haben wir an den, ähm, Stefan vermietet. Das Büro ist nach vorne umgezogen, es wurde eine Wand eingebaut und die Organisation der LGS übernimmt jetzt den MCC, bei dem jeweils ein Vertreter von den drei Gliederungen drin ist. Ähm, ähm, der Toni, der Flo Breik und der Arnold. Ja, also, Fazit. Wir waren mit den ganzen Wahlkämpfen relativ gebunden und mussten Dinge tun. Ich hoffe, sie waren soweit in Ordnung. Ich denke schon, weil als Resultat haben wir im Kauf von München jetzt zwei Mandatsträger. Das finde ich immer auch nicht schlecht. Ja, das wär so unser Tätigkeitsbericht. Applaus Applaus Wer will denn noch, wer will denn noch mal die schöne Rede von Martina am Aschermittwoch sehen? Dann können die anderen der Zeit essen. Gut, dann lassen wir den mal kurz laufen, weil... So, sehr guten Launen wegen. Nein. 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 Ja. So. Ähm, kann man irgendwie ein Mikrofon da, ich hab das gemacht, da drüber tun, dass man das ein bisschen hört? Kann man irgendwie ein Mikrofon da drüber tun? So, wie... Ja, natürlich. Ja, ich bin irgendwie, bei mir. Also, wir haben ja auch ein Mikrofon da auch schon mal. Ja, das stimmt. Jetzt ist ja auch ein Mikrofon. Ja, das ist es irgendwie bei mir. Du bist, du kannst mich selber, wenn ich einfach leise. Und du bist, du bist lieber bei mir. Ich will schon mal kurz, wie ich dir vielleicht... Aber ich bin mal kurz. Ich bin jetzt mal kurz, wie du bist. Ich bin jetzt aber noch kurz. Ich bin jetzt mal kurz. Ich bin jetzt mal kurz. Gut, das mit dem Stream mag jetzt nicht so, wie wir es gerne hätten, beziehungsweise mit dem Vortrag von der Martina, der sehr kurzweilig und launig war. Wer da war, kann sich daran erinnern, wer es nicht wahrgenommen hat, lohnt sich mal die paar Minuten auf, in dem Fall YouTube, einen Blick drauf zu werfen. Ich würde jetzt übergehen, wenn kein weiterer von den Vorständen noch was zum Tätigkeitsrechenschaftsbericht sagen möchte. Gibt es Fragen an den scheidenden Vorstand? Es gibt auch die Möglichkeit, hat Florian sich gerade angeboten, wenn es Fragen gibt an ihn, er ist kein Vorstand mehr, er ist Basismitglied in dem Fall, dass er gerne Fragen beantworten möchte. Gibt es Fragen? Bitte. Wie ist der Stand der Mitglieder in München? Wie ist der Mitgliederstand in München? Weißt du die Zahlen? 1.101 Nacht. Also wie 1.101 Nacht. Genau. Okay, Stand die Woche. Heute sogar tagesaktuell, weil wir natürlich für die Akkreditierung aktuelle Liste brauchen. Weitere Fragen, bitte. Wie viel davon sind die Zahlen der Mitglieder? Zahlerquote? 207, glaube ich. 207, das sind ein bisschen über 18 Prozent, 18 Komma irgendwas Prozent aus dem Kopf raus. Weitere Fragen an den scheidenden Vorstand? Keine? Dann würde ich sagen, Berichte, Kassenrechnungsprüfe. Ich weiß nicht, Niki, Peter, seid ihr mit der Rechnungsprüfung schon soweit gediehen? Wollt ihr euren Rechnungs- und Kassenprüfungsbericht abgeben? Dann bitte ich euch nach vorne. Es wäre gegenüber mir eine Bereicherung. So, hallo, ja, wir können bestätigen, es sind Rechnungen vorhanden. Du hast sie gesehen. Ich habe sie gesehen, ich habe sie angefasst, sie sind aus Papier. So, Peter, du hast es gründlicher geprüft, erzähl du was. Also, die eine Rechnung, die nur aufgeschlagen ist, nach der Kassenprüfung haben wir geprüft. Die 60 Euro Stimmen sind dann abgebucht worden. Also, Rechnungsprüfung, also, ist in Ordnung. So, den einzigen Wunsch, den wir an der Stelle hatten, war, dass in Zukunft Eingangsstempel, Buchungsstempel und Überweisungsstempel angebracht werden, damit man das besser nachvollziehen kann. Ansonsten empfehlen wir an der Stelle eine Entlastung. Wer noch den Kassenprüferbericht nachlesen möchte, der ist auch entsprechend veröffentlicht. Der Link ging mir vor zwei Tagen, drei Tagen über die Meldingsliste. Verlinken wir dann auch noch Sicherheitsarbeitenprotokoll, sodass jeder nachschmückern kann. Der datiert auf den 17.05. und empfiehlt auch da schon die Entlastung des Vorstandes bzw. des Schatzmeisters. Damit kommen wir zur Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes. Sollen wir den noch Restvorstand en bloc oder einzeln entlasten? Wer ist dafür, dass wir den Vorstand im bloc entlasten? Da bitte ich um Handzeichen. Gut, das ist relativ eindeutige Zustimmung. Wer ist gegen eine Blockentlastung? Keiner. Enthaltungen? Auch keine. Damit kommen wir zur Entlastung des Vorstandes. Wer ist dafür, dass der scheidende Vorstand an diesem heutigen Kreisparteitag entlastet wird? Den bitte ich um deutliches Handzeichen mit der gelben Karte. Vielen Dank. Wer ist gegen eine Entlastung? Keiner. Wer enthält sich seiner Stimme? Auch niemand. Damit ist der Vorstand mehrheitlich entlastet. Herzlichen Dank dem scheidenden Vorstand. Und damit möchte ich kurz an den unseren Dietmar übergeben. Ich danke dir, Klaus, und möchte auch mich auch beim scheidenden Vorstand bedanken. Und ich will es nicht nur mit zwei, drei Worten machen, sondern der Bezirksverband hat eine Kleinigkeit für unsere scheidenden Vorstände dabei. Ich darf bitten, die Gabi, die Thine, den Thomas und den Stefan mal kurz zu mir zu kommen. Flo, du bist schon beschenkt worden. Ich bin schon beschenkt worden. Und ich mache es jetzt einfach mal in der Reihenfolge. Lieber Thomas, wir danken dir für deinen unermöglichen Einsatz und flauschen dich aufs Heftigste. Stefan, sei ebenfalls geflauscht und zwar aufs Allerheftigste. Gabi, auch du wirst geflauscht. Und genauso heftig wie alle anderen. Und last part sicher nicht least, Tine, sei auch geflauscht. Dankeschön. Dankeschön. Denken wir aus Hause, wenn man... Wir denken da wie es ist. Wir wissen, dass wir ihn von morgen jetzt die Russen runterlassen. Und du hast dich ja wieder... Vielen Dank. Und weil es so schön ist, wir wollen nicht nur den Freien im Vorstand halten. Wir hatten in den Kommunalwahlen und der Europawahlen war viel zu tun. Es mussten Stände gebaut werden, es musste plakatiert werden. Und hier haben sich zwei Mitglieder ganz besonders hervorgetan. Peter und Markus. Richtig bitte. Markus, du kriegst von uns eine leibende Erinnerung, die du dir an die Wand hängen kannst. Sowie den goldenen Pinsel. Wir müssen uns sagen, dass Markus sowohl wie der Kandidat noch sonst was wirklich wochenlang allein in den Keller stand und mit dem da zusammen gepinselt hat. Ja, genau mit dem da zusammen. Der Peter, auch er hat sich etwas für die Wand verdient. Und natürlich auch den goldenen Plakatier Pinsel. Die höchste Auszeichnung, die wir zu vergeben haben. Vielen Dank. Also wir hätten noch ein paar von diesen Shitstorm-Plakaten, falls jemand ein paar möchte. Super. Herzlichen Dank. Ein Shitstorm-Plakat ist gewünscht. Gerne. Herzlichen Dank für Dietmar. Ich hoffe, es hat dem scheinenden Vorstand unterm Strich Spaß gemacht. Damit kommen wir zur Wahl des neuen Vorstandes. Gibt es Kandidaten, die sich bewerben als neuer Vorstand im Kreisverband München? Wer möchte als Vorsitzender im Kreisverband München kandidieren? Thomas, du? Sonst noch jemand, der gerne sich für dieses Amt bewerben möchte, außer dem Thomas? Dann würde ich vorschlagen, stellt sich der Thomas vor. Bitteschön. Ja, hi. Ich bin Thomas Mayer, bin seit 2011 Pirat und bin aktuell im Ersatzrichter beim Landesschiedsgericht. Und ich stelle mich zur Wahl, weil mich seit Januar mehrere Mitglieder gefragt haben, ob ich Kreisvorsitzender machen möchte. Ich habe mir das lange überlegt und habe beschlossen, ja, ich möchte das machen, weil ich glaube, dass wir in München beim Kreisverband einige Probleme haben. Die liegen nicht beim vorhergehenden Vorstand, sondern das ist so eine allgemeine Geschichte. Der Kreisverband war überlastet mit der Kommunalwahl. Wir haben uns mit den ganzen Wahlen, wir haben uns komplett ausgebrannt. Die AGs sind nicht am Laufen und das, was wir vor der Landtagswahl hatten, nämlich öffentliche Veranstaltungen, Vorträge in der LGS, die gut besucht waren, dort findet auch nichts mehr statt. Ich würde das gerne wieder aktivieren. Ich würde die Mitglieder wieder gerne dazu auffordern, AGs zu gründen, zu kommen, mitzumachen, thematisch zu arbeiten. Ich würde auch gerne wieder Vorträge in der LGS veranstalten mit Piraten, mit Leuten von außerhalb, damit wir auch wieder zum einen eine Wirkung haben, damit die Mitglieder wieder einen Grund haben, zu uns zu kommen und sich etwas Interessantes anzuhören. Aber auch damit Außenstehende uns besser kennenlernen, unsere Inhalte kennenlernen und wir wieder das Gefühl haben, aha, ich schaue mal nach, was ist bei den Piraten gerade los, sie haben doch immer so interessante Themen. Die Themen, für die ich stehe, ich kämpfe seit 2001, nee, seit 2000 betreibe ich eine Webseite gegen Überwachung, dergroßebruder.org. Und das ist eines meiner Themen, vor allem Videoüberwachung ist ein sehr wichtiges Thema für mich, die würde ich am liebsten abschaffen in München und überall in Deutschland. Dann ein anderes wichtiges Thema, für das ich stehe, ist freie Software. Ich bin Softwareentwickler und entwickle auch freie Software und nutze auch privat nur freie Software. Ich stehe aber, auch wenn ich persönlich für die Kernthemen stehe, möchte ich doch auch, dass wir auch breit gefächertes Programm und Themen anbieten in den AGs und so weiter. Und wenn jemand dann, wenn wir diese Vorträge regelmäßig durchführen, würde ich gerne auch alle möglichen Themen ansprechen, wenn ein Pirat kommt und sagt, könnten wir nicht mal bla 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 machen, dann werde ich versuchen, das mit dem Seekäuschen imperativ zu lösen, nämlich, du hast den Job. Danke. Vielen Dank. Ja, ihr seid auch Mieter in der AGs und von daher, natürlich würden wir die durchführen, ganz klar. Bezeugt schafft auch. Thomas, was hast du gewechselt? Zwei Wochenende. Korsor Leopold und Plakatständer entsorgen. Jetzt muss ich nur sagen, jeder, der dich wählt, muss helfen und Plakatstände entsorgen. Nachdem wir heute keine Satzungsänderungsanträge behandeln können, können wir nicht fordern, dass wir, dass in München nur dann stimmberechtigte Mitglieder sind, also dass Mitglieder nur dann stimmberechtigt sind, wenn sie mindestens zehn Plakatstände in den Keller einlagern. Gibt es noch weitere dumme Fragen an den Thomas oder möchte jemand den kompletten Nürnberger Fragenkatalog durchdeklinieren? Ja, du hast Zeit. Dietmar, zieh es nicht in die Länge, bitte. Wir haben Zeit. Thomas, wie sieht es mit weiteren Mitgliedschaften und obskuren Vereinigungen wie dem TCC beziehungsweise mit vorherigen Parteimitgliedschaften? Ich war als Jugendlicher für ein halbes Jahr mit dem Vater zu leben, mal Mitglied in der Jungen Union. Bin dann auch, ja, bin dann nach einem halben Jahr wieder ausgetreten. Das ist die eigentliche Leistung. Mein Vater ist so schwarz, der wirft dem Kuhlenkeller noch einen Schatten. Ansonsten bin ich Fellow bei der FSFE, bei der Free Software Foundation Europa. Und, ja, im CCC bin ich nicht Mitglied. Und sonst, glaube ich, bin ich auch nicht bei irgendwelchen Sekten wie dem ADAC oder so. Weitere Fragen an den Thomas. Ich sehe niemanden, der jetzt vom Stuhl springt, die Arme hochreißt. Damit würde ich gerne die Fragerunde beenden. Und würde auch den Wahlleiter bitten, zur Wahl des Vorstands zu schreiben. Wenn die Wahlhelfer sich auch bereit halten, wäre klasse. Frau Hohensschweck. Vielen Dank. Will noch jemand kandidieren zum Vorsitzenden des KV München Land? Sie ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Kandidatenliste. Sag, meine Wahlhelfer bitte einmal nach vorne. Wir machen das wie folgt. Es gibt dir einen Kandidaten. Damit nehmen wir den Stimmzettel A. Das ist der erste. Da gibt es ein Nummer 1, das ist Ja. Ein Nummer 2 ist Nein. Das ist eindeutig. Wer sich enthalten will, kreuzt einfach nichts an. Und wer irgendwas drauf schmiert, macht den Stimmzettel damit endgültig. Zur Abgabe der Wahl bitte die gelbe Stimmkarte mit nach vorne. Die wird nämlich dann ein Wahlhelfer im Wahlgang Nummer 1 abstreichen. So, ich warte immer noch auf meine Wahlhelfer. Die machen sich klar fertig. Das sage ich den ganzen Tag. So, einmal die Wahlurne. Eine Wahlurne, die ist leer. Und damit ist der Wahlgang jetzt eröffnet. Wir haben 35 Stimmenberechtigte. Bitte abstreichen. Danke. Danke. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Also, Ich habe es in der ersten Vorstellungsrunde. Es ist so, Ich möchte, Ich habe, bei den letzten vier Wahlen, bei den letzten vier Wahlen, bei den letzten vier Wahlen. Sie, im Oktober, im Oktober, im Oktober, im Ich möchte mich insbesondere auf die jungen Mitglieder konzentrieren. Ich bin selber 21 und ich finde, der Vorstand muss einen Querschnitt der gesamten Mitglieder darstellen. Und im Moment fehlen einfach die jungen Mitglieder oder die jungen Piraten. Und das möchte ich ändern. Ich bin selber Studentin und ich glaube, ich habe da relativ leichten Zugang zu dieser Altersgruppe. Ich möchte auch Pressesprecherin bleiben und ich glaube, dass die Kombination Pressesprecherin im Vorstand gut ist. Ich habe ein bisschen mehr Verantwortung noch und kann mehr selber entscheiden und würde das sehr gerne machen. Meine Motivation ist da und die Motivation, die ich eben in die Pressearbeit stecke, möchte ich auch in die Vorstandsarbeit stecken. Und dann wird das, glaube ich, ganz gut. Vielen Dank. Ja, Fragen an die drei Kandidatinnen und Kandidaten. Dietmar, bitte nicht um den ganzen Nürnberger Katalog. Warum nicht? Erstmal eine Raumhausfrage. Was habt ihr die letzten zwei Wochen vor? Die Antwort war gleich schon vorgegeben. Kurz aber hören. Ist zu kurz. Piratenarbeit. Ich bin Studentin, ich habe Zeit. Sehr schön. Also ich nehme mir die Zeit. Basta. Ich würde jetzt erstmal die nächsten drei, vier Tage ganz intensiv mich dransetzen, was wir überhaupt mit diesen Plakatständern machen, die wir dann jetzt reinholen müssen. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht mit Wochenende dabei zu tun, die 15 Uhr Plakatstände reinzukriegen. Wir müssen es erst mal entscheiden, dann wäre eure Mithilfe vielleicht nicht schlecht. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder finden wir eine saugünstige Möglichkeit, den ganzen Schrotter für drei Jahre einzulagern, was am praktischsten wäre. Oder wir müssen die entsorgen. Mit Entsorgungskosten sind wir auch ungefähr bei 2.000 bis 3.000 Euro dabei. Das wäre super. Also vom Volumen her ungefähr zwei große Garagen voll sind es noch, bis man die Sachen, die kaputt sind, noch wechseln. Ich denke, es wären 1.000 von 1.500 übrig bleiben zum Einlagern. Und es wäre klasse, wenn ihr alle nochmal ganz zum Schluss nochmal richtig den Arsch zusammenschickt und mithilft, weil die letzten Wochen mit Plakatieren war sehr zäh. Vielen Dank. Weitere Fragen an die drei Kandidatinnen und Kandidaten? Ich bitte um Handzeichen. Einmal der Thomas, einmal der Dietmar. Bitte in der Reihenfolge. Ich spreche mich ganz offen jetzt gegen diese Probezeit aus, weil ich glaube, dass es eher eine Barriere ist. Ich weiß nicht, also ich hätte Probleme, das zu begründen, weil ich generell offen genug und liberal genug denke und glaube, einfach die Leute aufzunehmen. Wenn sie dann nach einem halben Jahr noch da sind und sich gut verhalten, klingt eher so, als würden wir so generell sagen, wir schauen uns mal, vielleicht bist du ja nicht so in unserem Team. Ich glaube auch, dass unsere Partei sich verändern wird mit der Zeit. Ich bin jetzt auch nicht, was ihr da abgesprochen habt, weil sie jetzt auch nicht sagen. Nein, ja. Also ich bin da ein bisschen zwiespältig. Einerseits, bei anderen Parteien ist es auch so, dass sie sich die Leute erstmal angucken, bevor sie sich eventuelle Trolle ins Haus holen. Und ich denke, es gehört doch ein bisschen alle stolz, Piraten zu sein. Und das muss man vielleicht sich auch mal ein bisschen verdienen. Andererseits ist mir nicht ganz klar, insofern wäre ich schon für ein bisschen Probezeit oder wenigstens Kennenlernen, Stammtisch oder irgendwie sowas. Andererseits ist mir nicht ganz klar, wo ich die Kriterien festlegen soll oder festmachen soll, wann ist jemand Pirat und darf dabei sein und wann nicht. Also ich denke, das ist eine Sache, wo man wirklich im großen Kreis einfach mal Brainstorming machen sollte. Ja, ganz klar dagegen. Wenn man Mitglied in der Piratenpartei werden will, ich bin es geworden, weil wir Politik anders machen. Und jetzt mit solchen Sachen wie Probezeit ankommen, finde ich falsch. Man muss sich der Verantwortung bewusst sein, wenn man in diese Partei eintritt. Das sollte man vorher machen. Wir sind eine Mitmachpartei, wo wir immer Kriterien setzen. Du bist dabei, du kannst jetzt nach sechs Monaten gehen, das ist Quatsch. Vielen Dank. Dietmar, du hattest noch eine Frage. Ja, wieder die Frage nach den satinistischen Vereinigungen. Das ist eine andere Partei. Das sind gar keine Piraten, die erste Partei sind die erste Partei. Nichts andere Partei, aber auch die HC-Mitglied. Ich habe eine Kreuzspin in der Küche. Nein, also ich war mal in einer anderen Partei, bei der SPD. Sogar ziemlich lange. Bin dann aber aus, weil ich mich dort nicht mehr zurechtgefunden habe, ausgetreten. Und bin noch am selben Tag zum Standdurch der Piraten gegangen. Und seitdem auch bei uns hier. Wo war der Startdurch? Der war noch in... Wendlinger, genau. Vielen Dank. Weitere Fragen an die drei Kandidatinnen und Kandidaten, bitte. Der letzte Vorstand hat sich ja sehr bemüht, das Thema Plakatständer und die Leute zu animieren, reanimieren, dass Plakatstände auch plakatiert wurde. Was habt ihr da getan? Um dieses Problem zu lösen. Ja, ich versuch's mal. Die Sachen mit dem Animieren, muss ich zugeben, habe ich ehrlich gesagt anderen überlassen, die besser waren. Aber ich war auf jeden Fall mit dabei und ich habe dort natürlich auch unterstützt, geholfen, auch Leute angesprochen. Ich habe zum Beispiel mit ihm, haben wir mal vor einer Berufsschule gestanden, haben dort Unterschriften gesammelt. Nee, ich wollte die plakatieren. Nur plakatieren? Ja, ja. Das ist eh überlassen, das wirst du jetzt. Ich habe schon mitplakatiert, also in der einen Meinung nur. Aber ich habe Plakate zusammengebaut, ich habe da unten im Keller auch viele, viele Stunden verbracht. Also ich glaube, die, die dabei waren, wissen das hoffentlich auch noch. Also tut mir leid, ist jetzt schwierig. Ich habe wenig Leute davon überzeugt, weil die Leute, die um mich herum waren, waren da und mit denen habe ich gut zusammengearbeitet. Ich glaube, ich habe einfach jeden Plakatständer schon einmal in irgendeiner Form mit der Hand gehabt. Animiert habe ich Leute nicht. Ich habe direkt nach meinem ersten Stammtisch das Wochenende im Keller verbracht und war noch nicht mal Piratin. Das ist nicht fachbar. Ich habe plakatiert, wenn ich Zeit hätte, am Kommunalbeikommen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Dietmar. Hier wieder eine Frage. Überraschung. Die rein von Geblieben. Wenn ihr Dinge zusagt und Sachen in Angriff nehmt, macht ihr sie fertig? Das ist schwierig, aber ich könnte jetzt einfach Ja sagen. Das wäre wahrscheinlich auch das Richtige. Ich würde ja nicht zusagen, wenn ich der Meinung bin, ich würde es nicht schaffen. Ich habe in der letzten Zeit auch ein paar schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass ich Sachen zugesagt habe, die ich am Ende nicht geschafft habe. Deswegen bin ich da vorsichtig. Allerdings habe ich mir jetzt auch wieder mehr Zeit genommen, genau eben für dieses Amt. Und ja, ich sage einfach mal jetzt Ja, weil es ist einfach Sinn und Zweck der Sache und dafür stehe ich ein. Ja, ich bin zu den Piraten gekommen, habe gesagt, ich will Presse, aber ich mache unten jetzt Pressesprecherin. Ich mache das, was gemacht werden muss. Sie ist halt nicht. Können Sie noch ein paar Fragen stellen, dann könnt ihr weiterhessen. Ja, kein Problem, ich habe auch noch ein paar. Denken wir jeder zwei Dinge aus unserem Programm, mit denen ihr am wenigsten Fahrt kommt. Öffentliche Toiletten, sorry Thomas. Hunde-Demo, Rentner-Demo etc. Das ist nicht mein... Ich möchte junge Politik machen, damit stimme ich nicht überein. Also, wo ich so prinzipiell nicht ganz mit klarkomme, ist so der Kampf oder Streit zwischen Kernthemen und Öffnung des Programmes auch für andere Sachen. Das finde ich ein bisschen blöd, weil ich denke, wenn jeder seinen Kram macht, die mit den Kernthemen ihre Kernthemen machen und die anderen, die woanders eine Kompetenz haben, darin was tun, ist es nicht unbedingt so, dass es negativ sein sollte. Genau, also zunächst einmal die Frage, speziell diese Frage, die uns ja schon mehrfach gestellt wurde, zumindest immer, wenn es darum geht, einen Kandidaten auszuwählen. Nein, also ich stimme eigentlich viel zu, also es ist wirklich, also diese Themenkampfe innerhalb der Piraten und dann auch immer wieder Leute, die sich dann, ja, ich will nicht sagen, die es übertreiben, aber die halt dann irgendwie so rumbocken müssen. Das stört mich ein bisschen. Also ich glaube, dass wir effektiver sein können, dass wir mehr machen können, wenn wir tatsächlich auch gelegentlich mal eine Struktur fahren. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so rumbocken, aber ich hoffe, dass wir jetzt nicht so rumbocken, aber ich hoffe, das war jetzt nicht ganz bekannt, dass wir Teamkampfe im Programm haben, aber macht nichts. Wir haben ja gewisse Kernthemen und in diesem sind wir momentan, werden wir momentan nicht als so kompetent angesehen, wie wir das gerne würden, sprich wir sollten uns wieder eine ähnliche Kompetenz in dem ein oder anderen Thema erarbeiten. Und wieder darstellen. Welches Thema habt ihr am besten geeignet? Was ist euer Lieblingsthema? Gut, also mein Thema ist tatsächlich, ich habe in letzter Zeit viel mit Leuten gesprochen, die nicht geraten sind, allerdings, die mir gesagt haben, sie möchten gerne in diesen freien Softwaremarkt einsteigen. Das heißt, mehr Linux, mehr freie Software und so. Und das Interessante ist, ich wurde gefragt, weil ich Pirat bin und deswegen in einer IT-Partei bin und mich ja da auskennen muss. Und ich hatte mir jetzt überlegt, da auch tatsächlich ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Ansonsten bin ich immer noch der Meinung, dass Transparenz einfach unser Thema ist und wir damit auch wirklich offen auftreten können weiterhin. Auch wenn es viel und langsam zum Hals raushängt. Aber ich stehe dahinter. Also ich bin auch noch ein bisschen unschlüssig. Also Transparenz auf jeden Fall. Aber wo ich auch noch ein Bein drin habe, ist beim TTIP. Ich würde es jetzt speziell auf München sehen, Überwachung. Es sind überall Videoüberwachungskameras. Mit Thomas haben wir einen Vorsitzenden, der sich super darin auskennt. Wir haben schon kleine Dinge gemacht, wie der Spaziergang für die Aktion, wo wir die Kamera gekennzeichnet haben. Und da würde ich viel stärker noch reingehen. Weil das ist halt, das ist was hier in München, was wir an ihrer Ecke sehen. Hast du ein Fertigessenplatz? Wie steht ihr zur Verwendung von Funktionsträgern in der Paratenpartei von E-Mail-Adressen, die nicht in Deutschland oder Europa gehostet werden, sondern von Diensten gehostet werden, wo wir annehmen müssen, dass Freunde mitlesen, die wir nicht als Freunde betrachten müssen? Fertisch. Fertisch. Ja, auf jeden Fall sollte man darüber aufpassen, dass da, ja, man sollte sich das mal informieren. Also ich muss zugeben, ich bin mit der Frage nicht ganz klar gekommen. Bin das so sämtlicher als ein Vorstand, zu welchen Schienbeiderkampen? Wurzend als Vorstand. Als Vorstand, ja gut, das finde ich auf jeden Fall unpassend. Also das sollte auf jeden Fall in einem Gespräch geklärt werden, am besten in der Vorstandssitzung. Und gerne auch jeder, also ich bin persönlich der Meinung, ihr könnt euch da alle darüber aufregen. Also das ist eine Sache, das geht einfach nicht. Ja, man muss sich der Rolle als Vorstand bewusst sein und dementsprechend handeln. Und wir sind in der Piratenpartei und die meisten wissen, glaube ich, wie man sich schützt oder versucht zu schützen. Das ist so, bei diesen Themenwahlen und so weiter, das ist schön, dass das die Kernthemen und so weiter, man redet. Aber oft scheint es mir, dass Leute vergessen, dass wir eine Partei, eine politische Partei sind. Und das heißt, wir wollen irgendwie Stimmen gewinnen. Und diese Motivation ist wirklich da in dieser, wie sagt man, Themenwahl oder sowas. Und das vermisse ich daher. Was wollt ihr tun dafür? Okay, also zunächst einmal, ich glaube, dass unsere Themen auch Leute ansprechen, sogar eine Menge Leute ansprechen. Ich glaube, dass wir momentan nur eher als ein bisschen als Witzfigur gelten, was wir dringend bekämpfen sollten. Ich glaube nicht, dass es die Themen sind, es ist eher unser Auftreten, was momentan nicht so gut ankommt. Ich glaube, dass wir mit mehr Events, mit etwas strukturierterer Arbeit und vielleicht auch mit Themen, mit denen wir auch was umsetzen können. Also wir haben Themen, mit denen man das umsetzen kann, aber momentan sieht man das irgendwie nicht so. Also man hat danach nicht so eine Wirkung, die man bemerkt, dass wir damit vielleicht auch ein bisschen mehr Leute dazu bringen, uns zu wählen und auch beizutreten. Also ich werde jetzt auch in Zukunft versuchen, Leute auch zu uns zu holen, von denen ich weiß, dass sie sich nicht sicher sind, wie sie zu unseren Themen stehen sollen. Meinst du, die Leute wählen CDU oder SPD, weil die, wie sagt man, solche Veranstaltungen machen? Gut, also die Leute wählen die CSU und die SPD, weil ihre Eltern schon das gewählt haben und ihre Großeltern. Und ehrlich gesagt bin ich mir teilweise auch nicht sicher, warum die überhaupt gewählt werden. Wenn wir da hinkommen, kein Problem, dann lassen wir uns diesen Weg einschlagen. Aber ich glaube, momentan geht es nicht anders als über die Themen. Ich will dich nicht angreifen, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube nur, dass wir uns nicht mit der CSU vergleichen können. Es gibt Themen, wenn ich hart wie ein Mensch bin. Für mich ist es eine Existenzfrage. Und nicht etwa irgendwelche anderen Fragen. Eine Sache möchte ich noch ganz... Bitte keinen Dialog, klare Frage, klare Antwort. Ich will nur das aufmerksam machen. Keine Frage, dass diese wichtige Themen wir anpacken müssen und so. Wunderbar. Thema für den nächsten Kreisparteitag. Wenn ihr bei den... Mach du dann nach dem Thomas und nach dem Veit Thomas und dann Dietmar bitte. Wenn ihr bei den... Lilly muss noch antworten. Ja, geile Aktion statt Infostände und wir haben jetzt einen geilen Sommer in München im Englischen Garten. Und wenn es Würstchen drin ist, erstmal Aufmerksamkeit irgendwie bekommen. Also ich denke auch, ich habe irgendwo, ich weiß nicht mal genau wo, aber es ist ja so, dass unsere Kernthemen beim Interesse der Allgemeinbevölkerung in einer zweistelligen Hausnummer ist. Das fängt irgendwie bei Punkt 15, glaube ich, an, was die Leute interessiert. Trotzdem ist es total wichtig und das ist das, was wir rüberbringen müssen zum einen, dass wir auch aufklären. Zum anderen ist es extrem wichtig, dass wir mal der Allgemeinheit zeigen, dass wir nicht einfach nur ein chaotischer Trollhaufen sind, sondern, dass wir wirklich auch Politik machen können und wir haben es da ziemlich verschissen und das müssen wir wirklich von klein auf, mit kleinen Schrecken, mit Aktionen, wieder zeigen, dass wir auch das mit der Politik können. Ich habe das mal gesagt von, ich habe mal gesagt, ich brauche keine Basis. Also das muss ein Missverständnis gewesen sein, weil ich, ich, ich bin Basis bisher gewesen. Also es ist ja nicht so ganz unbekannt, dass wir die Kommunalpolitik in München nicht sehen mittlerweile. Deswegen folgende Frage. Der Vorstand ist ja bei uns immer für ein Jahr gewählt. Was ist denn für euch alle drei? Frage geht an alle drei. Klass, Kommunalpolitik, die Prima Nummer 1 in München. Also ganz wichtig ist mal den roten Sumpf etwas zu entzumpfen. Das heißt also Wohnungen und auch die Referate mal ein bisschen anders zu besetzen. Also ich persönlich empfinde, dass das Verkehrsthema sehr wichtig, also das ist ein Thema, was ich unterstützen will, aber du möchtest glaube ich generell, wie wir dich auch... Okay, also das Verkehr und zwar nicht nur, nicht nur Straßen, sondern eben auch den öffentlichen Personalverkehr, den Ausbau. Um als Piraten rauszutreten, würde ich die Überwachung, die Videoüberwachung in München sehen. Weil Verkehr, Wohnung haben alle Parteien und wenn wir rausstehen, wollen wir nehmen Überwachung. Ja, eine Überwachung. Habt ihr die Satzung vollständig gelesen und habt ihr eine Ahnung überhaupt nicht einlasst? Ich habe mir, als ich eingetreten bin, tatsächlich die Mühe gemacht, die Bundessatzung komplett und vollständig zu lesen. Die habe ich leider nicht gelesen, tut mir sehr leid. Ich habe ja schon mal einen saugen Apfel gebissen. Gut, weitere Fragen an die drei Kandidatinnen und Kandidaten für den stellvertretenden Vorsitzenden im Kreisverband München. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich gerne an den Dietmar als Wahlleiter übergeben. Vielen Dank. So, als erstes ist natürlich die obligatorische Frage, möchte noch jemand kandidieren als stellvertretender Vorsitzender für den Kreisverband München-Stadt? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Kandidatenliste. Wir nehmen jetzt den Stimmzettel B. Da es drei Kandidaten gibt, habt ihr drei Stimmen. Bis zu drei. Jeder Kandidat kann aber nur eine Stimme haben. Nach der Reihenfolge fällt Nr. 1 ist Gabriel Ederberg, Nr. 2 hier ein Dorsch und Nr. 3 Michael Nikolai. Wenn ihr euch enthalten wollt, schreuzt ihr nichts an. Und wenn ihr draufschubstellt, macht ihr ihn ungültig. Meine Wahl hält bitte nach vorne. Drei Stimmen, drei Kandidaten. Nochmal, gewählt ist, erste Bedingung ist, er muss 50% der abgegebenen Stimmen haben. Zweite Bedingung ist natürlich die Reihung nach Anzahl der abgegebenen Stimmen, von den zwei nach drei. Bei Stimmengleichheit, wenn es zwischen zwei und drei ist, gibt es eine Stichwahl. So, Toni, hält das Ding auf. Nicht unterschaffen. Ja, bitte die gelbe Karte mitnehmen und damit ist der Wahlgang dann eröffnet. Ja, bitte die Gänze. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ...... ......... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ......... ......... ......... ......... ............ ...... ......... ......... ......... Stefan, damit bist du wiedergewählt. Frage, nimmst du die Wahl an? Ich mache an dem Ja, ich darf mir noch nichts anderes bringen. Darf ich übergehen? Ja. So, und dann gehen wir gleich verzugslos in die Wahl des stellvertretenden Schatzmeisters über Stimmzettel D. D, dieses Mal, da ein Kandidat ist wie gehabt, Ja, Möglichkeit Nein oder Enthaltung oder Ungültig machen. So, meine Wahlhilfe, bitte mal nach vorne. So, einmal die Wahlurne nach oben, man sieht, hier ist der. Damit ist der Wahlgang eröffnet. Genau, Stimmzettel, Delta, D, D, wie Dietmar. So, kultiv, von Neu, Neu, oder Enthaltung oder Folge, Gleiter. So, kultiv, von Neu, oder Enthaltung, S stagniertel, Dunstern, D, 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 D. Gleiter, D, 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 D. Was ist los? Du kommst auch ja gleich noch dran, oder? Ich würde dir mal vonbrennen, wenn man jetzt nicht eko-nehmt, die kommt jetzt schon rein. Das können wir ja gut. Da muss man mal einen Tag verzeihen. Ja, bitte weiter. Ich weiß nur, was es ist. 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 Ich war vorhin aus, weil er bist ja aggrediert. So, fünf, vier, drei, zwei, eins, der Wahlgang ist geschlossen. Wir sind jetzt nicht in Eile. Ich würde sagen, wir machen jetzt bis, damit Mario in Ruhe essen kann, bis viertel vor drei Pause. Weiter geht's, 14.45 Uhr. Die Versammlung ist bis dahin unterbrochen. Die Versammlung ist bis dahin unterbrochen. Was ist denn wenn wir uns heuteismatic in Ruhe haben? ог puncto des Erklärung ist bis dahin unterbrochen. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 Man muss wissen, Peter ist jetzt nicht gegangen, weil er ihm langweilig war, sondern er ist Wahlhelfer und geht jetzt zum Auszählen der Europawahl. Nächstes Thema. Nächste Kandidatur für das Amt des Generalsekretärs im Kreisverband München-Stadt. Wer stellt sich hier für dieses Amt? Ich sehe da schon die Tine sausen. Wer möchte außer Tine hier noch sich für dieses Amt vorstellen? Bitte dann jetzt auf die Bühne. Dann würde ich sagen, Tine, stelle ich kurz vor. Gut, dann stelle ich mich mal vor. Ich bin die Tine, das wurde schon gesagt. Ich habe das vor, weiterzumachen. Das würde mich sehr freuen. Glaubt mir das bitte, es macht mir von Herzen Spaß. Ohne Witz. Was ich auch nebenher noch übernommen habe, ist die Jugendförderung. Da haben wir jetzt mit der Lili jemanden, die auch immer dabei ist, wenn es um die jungen Piraten in München geht. Und das wäre jetzt auch eine Sache, weshalb ich weitermachen möchte, weil ich das richtig finde. Wir sind eine junge Partei, wir sind eine frische Partei. Deshalb bin ich auch immer mal beigetreten, weil ich halt gesehen habe, hey, das interessiert mich auch als junger Mensch. Das macht mir Spaß. Und was ich jetzt auch festgestellt habe, das ist gar nicht negativ gemeint. In diesem Jahr haben sich die Menschen um mich herum verändert. Es gab mal so eine Austrittswelle. Zum Glück ist der KV München davon jetzt verschont geblieben. Nicht so extrem viel. Fluktuation ist immer so ein bisschen. Das Ding ist, man muss die Leute mehr abholen, wo sie stehen. Das habe ich jetzt gelernt. Als ich beigetreten bin, haben sich die Leute gerissen um solche Sachen wie, oh, wir machen eine Demo. Kann ich da Ordner sein? Und man hatte dann zu viel Ordner und musste fast schon auslosen, wer Ordner machen darf. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich war da auch jemand, der ist mit dem Strom mitgeschwommen und habe mich da mitreißen lassen. Das war zu Anfang sehr schön. Und jetzt, klar, wir sind ausgebrannt von den vielen Wahlkämpfen, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben. Ich war dann auch beim Kommunalwahlkampf leider nicht mehr so viel auf der Straße, weil im Hintergrund sehr viel Organisatorisches zu machen war. Und war aber dafür Landtag und Bundestag. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne auch jeden Ständer persönlich. Und ich glaube, ich habe auch jeden gefühlten Fünften gebaut. Keine Ahnung. Das mit dem Gemeinsam machen war sehr, sehr schön. Danke dafür, dass ihr da so enthusiastisch dabei wart bis zum Schluss. Und die Leute abholen, wo sie stehen, da ist meine Vision ein bisschen mehr in Richtung, ja, wenn wir einen Mitgliedsantrag haben, die Leute vielleicht mal anzurufen. Das wäre schön, wenn da eine Telefonnummer steht, was interessiert euch an den Piraten? Ihr seid ja aufmerksam geworden. Gibt es vielleicht jemanden, der euch in Polen hat? Und dann kann man ja gerade so, wenn man eine AG Kommunalpolitik hat, kommt dann mal vorbei. Oder wir haben jetzt sogar zwei Stammtische, was ich sehr schön finde, dass man sagt, ey, komm doch mal montags vorbei oder freitags dann ganz offiziell. Da sind vielleicht noch welche vom Land mit dabei. Dass man dann ein bisschen was anbieten kann. Das wäre sehr schön. Und ich denke, jetzt, wo wir nicht mehr so viel Arbeit reinstecken in Wahlkämpfe, haben wir auch Zeit dazu. Also wenn ihr das möchtet, dass ich das weitermache, freue ich mich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Tine, für die Vorstellung. Gibt es Fragen an die Tine? Haltet euch nicht zurück. Fragt jetzt. Jetzt ist die Zeit, die Gelegenheit. Tine, es sind alle Fragen, was von dir erschlagen. Gibt es für dieses Amt des Generalsekretärs noch weitere Kandidatinnen oder Kandidaten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich gerne an den Wahlleiter übergeben. So, da ist ja keine weiteren Kandidaten. Jetzt schließe ich die Kandidatenliste. Wir haben jetzt den Stimmzettel E. Das ist ein Trauner Stimmzettel. Wir haben jetzt einen Kandidaten. Damit gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ja oder Nein oder Nichts. Das ist eine Enthaltung. Wenn wir sonst nicht jetzt Traunschnippe gehabt, ist es ungültig. Die Box ist leer, bis sich jeder versichern konnte. Und damit ist der Wahlgang eröffnet. Das ist ein Trauner Stimmzettel. 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 Vielen Dank. Was musst du jetzt noch machen? Ja, die Wahlurne ist frei. Noch eine Minute. Ja, die Wahlurne ist frei. Ja, die Wahlurne ist frei. Ja, die Wahlurne ist frei. Noch 30 Sekunden. Ja, die Wahlurne ist frei. 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 Dann nutzen wir die Auszählpause, um die Kandidatinnen und Kandidaten für den Beisitzer im Kreisverband Münchenstadt, dass sie sich vorstellen. Wer außer dem Thomas möchte noch sich als Beisitzer vorstellen? Thomas, bitte. Hallo, grüßt euch Gott erst einmal. Ich möchte, bevor ich zu meiner Vorstellung komme, noch einen Terminhinweis geben. Und zwar von unserer Fraktionsgruppe im Stadtrat haben wir geplant, ich habe das bei dem einen Stammtisch schon gesagt. Das ist aber erstmal noch mit weichem Stift, weil wir den Saal noch nicht haben. Am 23. Juli wollen wir fünf Stadträte, alle Münchner Mitglieder der Piratenpartei, der Wählergruppe Wut und der Liberalen einladen in einen Saal, wo wir Stadträte für Fragen zur Verfügung stehen. Das ist die Hauptaufgabe, also wir werden da keine Referate halten, sondern wollen Fragen beantworten und es soll auch ein bisschen dazu dienen, dass sich die Leute untereinander kennenlernen. Zu meiner Person, ich habe in der letzten Periode, war ich der Beisitzer im Vorstand. Ich bin in dieser Zeit in den Münchner Stadtrat gewählt worden. Ich weiß auch, wem ich das verdanke. Das verdanke ich der Partei. Was mich sehr gefreut hat, ist, wir haben im Vorstand eine extrem hohe Präsenz bei den Sitzungen gehabt. Wir haben auch die letzte Zeit bis zu den Wahlterminen wöchentlich geklagt, nämlich in dem zweiträglichen Turnus. Das spricht eigentlich auch für eine gute Zusammenarbeit, das möchte ich auch nochmal hervorstellen. Was gelitten hat, da steht ja auch im Rechenschaftsbericht drin, ist die politische Arbeit. Einfach deswegen, weil wir mit fünf Wahlen, die da durchgeführt worden sind und organisiert werden mussten, bis ans Ende unserer Belastbarkeit gegangen sind. Das muss man einfach mal feststellen. Und es ist dann einfach keine Zeit mehr gewesen, inhaltliche politische Arbeit zu machen. Und deswegen wünsche ich mir, dafür möchte ich mich auch einsetzen, dass das wieder mehr Gewicht auch in der Vorstandsarbeit bekommt. Gut, sonst glaube ich zu meiner Person muss ich nichts sagen. Und wenn Fragen sind, bitte ich drum. Wer möchte Fragen an den Thomas stellen? Fraglos glücklich. Dietmar, möchtest du eine Frage an den Thomas stellen? Soll ich die Fragen schon auswendig rekapitulieren oder ist das was? Also was machst du in den nächsten zwei Wochen, Thomas? Automieten, Transporter mieten, Plakatstände einsammeln, im Entsorgungsunternehmen verhandeln, dass wir günstige Preise rauskriegen. Brauchen wir nicht. Kein Entsorgungsunternehmen. Ja, Thomas, du hast ja da so einen gewöhnlichen Posten in den Stadtwerner gehabt. Wie gedenkst du diesen Posten, wenn die Vorstandsherde keine einzubringen? Dietmar, das ist ja auch der Sinn der Kandidatur als Beisitzer, um eine möglichst enge Anbindung der Stadtratsarbeit an die Arbeit in den Kreisvorstand zu haben. Deswegen mache ich das auch. Ich möchte nicht verhehlen. Ich wäre manchmal auch dankbar jetzt, wenn ich einen Montagabend mal frei hätte. Aber das macht einfach Sinn, das zu verknüpfen. Und deswegen kandidiere ich einfach auch. Vielen Dank. Weitere Fragen? Bitte. Günter, ich muss. Dietmar. Was ist dieses Freizeit, um den du da gesprochen hast? Also das Wort zu schreiben, ist nicht gekriegt. Nee, das kann ich nicht beschreiben, weil wir werden jetzt am Montag im Stadtrat die Ausschüsse besetzen. Ich sitze in drei Ausschüssen plus Kommissionen plus Aufsichtrat. Co-Referat droht auch noch. Also ich werde mich da über mangelnde Arbeit nicht beklagen können. Ich selber bin freiberuflich, insofern geht das aus der Erfahrung der langjährigen Stadträte. Es ist, also auch für zukünftige Kandidaturen, für Kommunalparlamente so groß wie München, das ist ein Dreifler-Wirtschaft. Das muss man einfach sagen. Weitere Fragen an den Kandidaten. Thomas. Nicht drängeln hier vorne. Das Mikro ist noch Platz. Okay. Bitte ja. Also ich soll nicht so lange rummachen, heißt es. Keine weiteren Fragen, dann übergebe ich mich an den Wahlleiter. Bevor man zur Wahl kommt, müssen wir auch mit dem letzten Wahlgang abschließen. Zum Generalsekretär. Es wurden 27 Stimmzettel abgegeben. Die waren auch alle gültig. 25 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen. Christine, Frage, nimmst du die Wahl an? Und dann gehen wir gleich verzugslos zum... Ja, ich soll entspannt aus meiner Jugend erzählen, bis Nicole fertig ist. Nein. Erste Frage ist, ob weitere Kandidaten vom Beisitzer antreten möchten. Sehe, ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Kandidatenliste als erstes. Und als nächster Stimmzettel kommt ja wieder Ja-Nein-Enthaltung, wie ihr habt. Stimmzettel F und erst gelb. Und die Urne ist frei und damit ist der Wahlgang eröffnet. Stimmzettel F und erstes. Stimmzettel F und erstes. Also wir müssen alle Kontakte abbringen. Du kannst jetzt kein von uns bestrecken, dass wir für ein ORM in deiner... Niki, ich habe mich schon beschwert. Ohne PAF-Antrag ist man doch nur so ein halber Vorstand inzwischen. Mindestens der ORM, sonst hat man ja nichts geleistet. Und das ist ein Jahrgang. Ich fühle mich nur noch als halber Vorstand. Ich habe kein OMH. Ich habe kein... Ich habe jetzt den Segen des Vorsitzenden. Der hat ja getritet. Unsere gute Wahlergebnis bei Ruhrwahl haben ja auch unsere Ausrichtung nach links. Ich war eben die Statistik am Lappen und sage, ja, saubere. So, die Urne ist frei. Wer noch nicht hat, dann sage ich jetzt die Ansage eine Minute. Kaum ist der Stärkung der Vorsitzenden, wird ja auch schon nachwärts. Entschuldigung. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Und wir haben auch schon ein Ergebnis. Das geht nämlich hochzuck bei uns inzwischen, bei unserem Team. So, 27 Stimmzettel wurden abgegeben, die waren auch alle würdig, 25 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen. Thomas, Frage an dich, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl. Vielen Dank. So, vielen Dank. Damit wären wir mit den Vorstandsämtern soweit durch. Fehlen noch zwei wichtige Positionen, nämlich die Kassenprüfer. Wer stellt sich für die Kassenprüfung des Kreisverbandes München zur Verfügung? Bitte nicht so viele auf einmal. Peter kann nicht mehr Kassenprüfer machen. Peter ist jetzt im Vorstand. Oliver ist nicht da. Michael? Nein. Wer möchte hier Kassenprüfer machen? Einfach mal vorne auch die Raucher ein bisschen aufscheuchen. Kinder ist, wir brauchen noch zwei Kassenprüfer, weil sonst wird es schwierig. Jemand, der vorzugsweise kein Amt hat, Nadine. Bravo, Applaus. Lieber, wir brauchen noch eine zweite Kassenprüferin oder einen zweiten Kassenprüfer. Traut euch, es wird euch kein Hals abgerissen. Es gibt meistens Kaffee und Kuchen bei der Kassenprüfung. Eigentlich nicht. Sven? Frenk, Entschuldigung. Frenk, bitte. Super. Wollt ihr kurz was sagen? Ihr müsst nur prüfen. Wer ist dafür, dass die beiden die Kassenprüfung im Kreisverband München übernehmen? Der möchte jetzt bitte sein Handzeichen bzw. sein Kattal hochhalten und das mit Zustimmung bekunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer ist gegen diese beiden, dass sie Kassenprüfung machen? Keine Gegenstimmen. Wer enthält sich? Wer enthält sich? Keine Enthaltungen. Das ist gut für seine Gesundheit. Der Herr Vorsitzende, bitte. Der Herr Vorsitzende, bitte. Du darfst jetzt offiziell das Schlusswort sprechen. Danke für den gut gelaufenen außerordentlichen Kreisparteitag. Ich schließe hier mit dem Kreisparteitag und um 18 Uhr machen wir hier auch dann die Wahlparty zur Europawahl. Da seid ihr herzlich eingeladen. Soweit ich weiß, hat sich auch dafür dann Presse und Fernsehen angekündigt, oder? Habe ich das richtig? Die waren eingeladen. Die waren eingeladen, okay. Die waren eingeladen. Nein, die gehen lieber zu den Bibelreifern. Also die geht bis... Die geht so lange, bis sie hier zumachen oder wir... Also es ist so, dass ab 18 Uhr werden nur Vermutungen geäußert und die Wahlergebnisse erst ab 23 Uhr veröffentlicht werden. Ich könnte mir jemanden dazu zeigen, was da falsch ist und nicht da besser machen. Genau, also ab 18 Uhr ist dann die Wahlparty. Ergebnisse gibt es um 23 Uhr und vorher gibt es schöne Exit-Polls, wo hoffentlich wir danach dann unsere 2 oder 3 oder 4 oder 5 Abgeordnete im Europaparlament feiern können. Nein, Kai. Darf ich euch nochmal ganz kurz die Aufmerksamkeit klauen? Hallo, ganz wichtig jetzt. Es hat sich ein Pirat bereit erklärt, dass wir bei ihm die Plakatständer unterstellen können. Es wäre insofern auch super geil dort, weil die so eine Maschine haben, die die bündeln und dass wir die direkt auf Europaletten machen. Ob der den Raum drei Jahre lang zur Verfügung stellen kann, weiß er noch nicht, weil unter Umständen der Vermieter in einem Jahr oder zwei kündigen wird. Aber wir hätten eine Stelle, wo wir das Zeug unterkriegen. Wir kriegen für die Europaletten und diese Maschine zur Bündelung. Das heißt, wenn dann von anderen Bundesländern Anfragen kommen, können wir das, wenn das auf Europaletten verpackt ist, das Easy-Going-Spedition wegbringen lassen. Ein ganz kleines logistisches Problem ist dabei. Wir fahren ja hauptsächlich Wochenende und Nachts die Plakatständer reinholen. Und das ist die Zeit, wo wir da nicht aufs Gelände kommen. Das heißt, wir könnten die LKWs, also unsere Transporter, abends dort abstellen. Und am nächsten Morgen bräuchten wir aber zwei, drei Piraten, die dann das Zeug in diese Halle da reinbringen. Ich würde jetzt dann morgen ein Pad aufmachen, wenn ich dann genau weiß, ich kriege dann nochmal genau die Daten gesagt morgen. Wenn ich die habe, mache ich ein Pad auf und es wäre super gut, wenn wir das einfach in zwei Aktionen hinkriegen würden. Okay, also viel Spaß noch. Genau, und nächstes Wochenende ist auch noch der Corso Leopold. Und da brauchen wir dann auch noch aktive Piraten, die sich dann bereit erklären, beim Aufbau mitzuhelfen und sich an den Info-Stamm zu stellen und den Flyer zu verteilen. Da werde ich auch noch ein Pad aufmachen und über die Mining-Mistrische fuhren. Dann geht es jetzt zum gemütlichen Freien. Vielen Dank. Danke, Klaus. Danke, Klaus. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.